Hier geht's mit Elie Gella. Elie Gella. Elie Gella, du bist der Beste. Ich liebe dich. Herzlichen Glückwunsch, Elie. Ich bin ein großer Fan und ich sehe dein Video auf YouTube. Hi Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ein kurzes Intro und zwar ist es jetzt hier 18.32 Uhr. Ich nehme das alles auf, bevor wir spielen. Ich wollte nur ein paar Sachen sagen. Wir spielen heute gegen einen sehr, sehr, sehr guten Gegner. Das ist ungefähr so ähnlich wie wir. Also das soll eine Truppe sein. Alle sehr, sehr jung, alle richtig gut. Ich spiele viele irgendwie in der Jugend extrem hochgespielt, auch im Männerbereich. Wir spielen gegen Victoria 2, die erste hat letztes Jahr noch dritte Bundesliga gespielt. Ich habe das alles nicht ganz genau verstanden. Die hätten irgendwie Verbandsliga spielen können oder Landesliga, wenn die nicht abgestiegen wären. Irgendwie sowas. Waren dann aber in der Kreisliga B und sind dann da aufgestiegen mit einem Torverhältnis von 190 zu 17 oder so. Ich zeige euch das gleich. Und ja, es wird sehr, sehr schwer. Es fehlen sehr viele bei uns. 21 Absagen, weil viele Arbeit haben. Das Spiel ist unter der Woche. Viele von uns arbeiten. Es sind welche im Urlaub und es sind welche verletzt. Sydney leider nicht dabei. Ali nicht dabei. Bilal angeschlagen. Timo nicht dabei. Dorian nicht dabei. Viele sind da nicht da, leider. Das heißt, ich denke, es wird sehr interessant, weil wir könnten, oder ich denke sogar, dass wir verlieren werden dieses Spiel, weil die sehr, sehr gut sind. Und ich bin gespannt, wie sich die Mannschaft anstellen wird, wenn wir mal so ein Spiel verlieren oder einen Rückstand gehen oder so. Das wird sehr interessant sein zu sehen. Wir spielen gegen die, die haben, das ist aus der letzten Saison, 191 zu 17 Torverhältnis. Ich wünsche, wir hätten unseren richtigen Kader. Wahrscheinlich wäre es auch mit denen sehr, sehr schwer geworden. Ich bin gespannt. Und vielleicht macht man mal nochmal so ein Spiel. Darauf hätte ich sehr viel Bock. Mal gucken, wie die Jungs sich anstellen werden. Lasst gerne ein Like auf das Video da. Also wir laden auch die Spiele natürlich hoch, wo wir auf die Fresse kriegen. Falls wir auf die Fresse kriegen. Da wird immer alles gezeigt. Macht euch da keine Sorgen. Und ja, abonniert den Kanal kostenlos. Wir haben fast die eine Million Follower, Freunde. Ich glaube noch 40.000. Dann ist es endlich soweit. Ja, lasst ein Like da. Dann sehen wir immer, wie gut das ankommt. Und macht beim Giveaway mit von Elevate. Apropos Elevate. Es sind noch die Shirts in den Shop. Es sind viele Sachen schon ausverkauft. Erfolgreichster Drop, den wir bis jetzt hatten. Wir hoffen, ihr habt Spaß mit den Sachen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. So, Freunde. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Spiel. Melina ist auch Supporterin. Ich nehme euch so wieder ein bisschen mit. Ich werde das Spiel auch übrigens kommentieren. Also nachkommentieren. Mal gucken, wie es ist. Ich könnte mal eine Meinung reinschreiben, wie ihr es fandet. Generell, ich könnte auch mal reinschreiben, wie ihr es findet. Also, ich habe ja sonst immer gefragt. Ja und, was kann man besser machen? Bla, bla, bla. Ich weiß nicht, ob wir es heute schon schaffen mit der Erhöhung. Aber ihr könnt mal generell eure Meinung reinschreiben. Es ist nämlich ganz neu auch für uns. Ich habe gesehen, Dia steht im Stau. Er ist heute losgefahren. Also fünf Stunden braucht er nach Berlin. Ich glaube nicht, dass er es schafft, um ehrlich zu sein. Auf jeden Fall nicht pünktlich. So, wenn wir mal gemeint sein und einfach ihn nicht reden lassen. Willst du Stinkstiefe sein oder was? So, nicht? Nee. So, Freunde, wir sind hier in der Kabine. Andi, was sagst du zum Gegner? Guter Gegner. Landesliga-Niveau? Landesliga-Niveau, sehr guter Gegner. Die haben gegen Sternbritz wie viel gewonnen? Nee, fünf, vier verloren. Aber Sternbritz wäre fast aufgestiegen in die Berlin-Liga. Vielleicht verlieren wir auch. Das sind die Gegner. Die sehen fit aus, oder? Jung und frisch. Haust du mir einen ein heute? Ja, ja. Welche Position? Sechs, Adikar. Ich kriege einen Rappel. Schlechte Nachrichten. Bilei kann doch nicht spielen. Oder auch nicht spielen. Der hat irgendwas mit seinem Knie. Das ist unangenehm. Aber die Jungs machen das heute. Die haben zwei Tormitters sogar. Was ist denn hier los mit Aufwandtoren? Die haben letztes Jahr Torverhältnis 191 zu 17 gehabt. Ohne Sinn. Das hier ist das Gerät. Das geht anscheinend relativ hoch. Achmed meinte bis zur Hälfte von dem Ding hier. Fünf Meter. Bin ich ja mal gespannt. Bis zum nächsten Mal. Die Jungs machen sich gerade warm, Freunde. Wir sind hier gerade noch ein bisschen im Austausch. Ihr habt es wahrscheinlich schon in der Aufnahme gesehen. Bilei fällt aus. Wir haben gerade erfahren, die kommt 20 Minuten zu spät. Wir haben gerade ein bisschen Probleme. Oder was heißt Probleme? Wir sind ein großer Kader. Wir haben so 20 Leute. Gegenanalyse. Andi, du hast gesagt, da waren eigentlich welche im Urlaub. Ja, der Trainer von Viktoria hat mir gerade erzählt. Da waren einige Jungs. Eigentlich hätten die jetzt schon Urlaub oder Dienstreise. Und plötzlich können sie alle, weil sie gegen Delay spielen. Jeder wollte dabei sein, weil ich gegen Delay. Die Haarspitzen motiviert. Ja, im Urlaub verschoben. Aber es ist cool. Die Jungs sind, es ist cool. Motiviert. Wir sind auf jeden Fall ein paar Opponenten. Ich bin da vorhin lang gelaufen. Die haben direkt immer so gewusst, worum es geht. Heute ist ein schwerer Gegner. Viktoria, zweite Mannschaft. Haben letztes Jahr alles weggeschossen. Ja, jetzt wissen wir nicht, was uns zukommt. Und bei uns ist heute ein bisschen Wundertüte. Ich glaube, schwierige Spiele heute. Viele Verletzte. Die sind auch, glaube ich, sehr motiviert. Wird, glaube ich, heute erst nochmal ein Härtetest von uns. Nächstes Testspiel als erstes Mannschaftsaufstellung vor dem Tor. Innenverteidiger fangen heute an Marco und Dennis Nüßle. Links geht Tim, rechts geht Peper. Linkes Mittelfeld Jeff. Rechts ist Mittelfeld Paul. Zentral ist dann Jonas. Sechser spielen Timur und Julius. Und am Sturm fängt Dennis an. Der Gegner, ich habe mit dem Trainer gesprochen. Und das ist ein Understatement. Bla, bla, bla. Am Ende hat er gesagt, ja, die haben schon ein Landesliga-Nemo. Viele junge Leute, die aus der A-Jugend kommen, die spielen in der Bundesliga in der A-Jugend. Und auch so allgemein, letzte Saison haben sie 190 zu 17 Tore gehabt in der Kreisliga B. Das ist schon eine Ansage. Pokal haben sie auch gewonnen. Also da erwartet uns heute eine richtig gute Truppe. Bei den Sechern Timur, Julius, ihr kennt es von den letzten Jahren, ihr wisst, wie er das macht. Wollte ich nicht viel sagen. Einer defensiver Timur, du wirst da eher die Drecksarbeit machen. Julius, so soll es das Spielbindungslied dazwischen Abwehr und Formel sein. Wirklich, jeder Gegner ist motiviert, bis in die Haarspitze, um gegen uns zu spielen. Jeder. Bei denen ist es so, der Trainer hat zu mir gesagt, er hat noch nie so viele Leute beim Testspiel gehabt. Wenn wir verlieren, scheißegal, das ist ein Testspiel, Jungs. Wirklich, es ist ein Testspiel, damit wir uns einspielen. Wenn wir 5-1 verlieren am Ende, weil die besser sind, so what? Es ist einfach ein Testspiel. Dann könnt ihr sich feiern lassen, das erste Team, was Delay Sports aus der Kreisliga C geschlagen hat. Völlig okay. Kommen die hin? Ja, die kommen. So soll es sie machen. Das ist nicht schlimm. Aber wichtig ist, dass ihr als Einheit auf dem Platz seid. Dass ihr Spaß habt und egal, ob wir gewinnen oder verlieren, dass ihr weiter als Team zusammenwachst. Immer füreinander da sein. Wenn Dennis hinten Fehler macht, muss Marco ihn ausbügeln. Wenn Pepe einen Fehler macht, muss Julius ihn ausbügeln. Nicht ankacken auf dem Feld, nicht provozieren lassen, nicht irgendwie in irgendein Gebitsche kommen. Ihr habt immer, weiß ich nicht, wie viele Leute wieder da sind, sieht fast wieder wie 200 Leute aus. 500 Handys gefühlt. Alles wird aufgenommen. Wenn einer hier irgendwie anfängt rumzuschubsen oder was auch immer, alles wird aufgenommen. Habt ihr nicht nötig, braucht ihr nicht. Ganz wichtig heute, Julius, Timur. Wenn einer rausrückt, muss das Zentrum immer zugemacht werden. Egal wie, das Ding darf nicht frei sein. Gucken, links, rechts, auch Anweisungen geben, die nicht eure Bälle sind. Ja, Hintermann, klatschen, einfache Ansagen. Wenn wir durch Zentrum kommen, diagonal, ansonsten macht das Spiel breit und versucht diese Räume hier auszumachen. In der Strafraumnähe, Dennis, Jonas, Julius, Timur, wer auch immer in der Strafraumnähe ist. 20 Meter, haut mal rauf, das machen wir zu wenig. So, jetzt raus hier, reich das für mich. Bravo! So, Freunde, ich kommentiere das Teil jetzt. Das ist verrückt, unsere technischen Möglichkeiten heutzutage. Ich werde das jetzt kommentieren. Ich hoffe, da funktioniert alles. Wir machen es sogar mit Facecam. Dann ist es nochmal ein bisschen besser. Dann seht ihr so mein Gesicht dazu. Wir gehen jetzt rein, Freunde. Ihr habt das Video bis dahin gesehen. Ich finde es sehr, sehr gut geschnitten. Und wir gehen jetzt ins Spiel rein. Ich gebe euch mal meine Meinung immer dazu ab. Und ja, ich erzähle euch auch immer ein bisschen was zu den Spielern. Also, der Typ da, A-Jugend-Bondesliga anscheinend. Letztes Jahr. Die waren auch echt griffig, die Jungs. Der linke Mittelfeld und die 33 von denen im Sturm waren richtige Bretter. Wir hatten am Anfang echt Probleme. Guckt euch an, wie hektisch das war. Aber Freddy ist echt fußballerisch. Guckt euch das mal an. Guck mal, wir schießen auch nie den Ball eigentlich raus. Und dann passiert so eine Scheiße hier teilweise. Aber wir sollen halt nie rausschießen. Manchmal muss man den rauskloppen. Freddy ist ein super Torwart, der mitspielen kann. Das ist ein Quatschball, Pepe. Niemals durch Mitte. Da war ich auch draußen echt sauer. Tim Wieland ist da. Ich gebe euch noch ein bisschen was zu den Spielern. Und da können wir auch 1-0 auf jeden Fall mal in den Rückstand gehen. Also nochmal in den ersten 15 Minuten haben die uns schon gut an die Wand gespielt. Was mir da auffällt ist, ich schwöre es euch, dieses Feeling kommt gar nicht so rüber. So über die Kamera. Mann, es war viel, viel lauter. Es war viel, viel intensiver. Da waren, das waren noch nicht 200 Zuschauer. Das waren bestimmt 400, 500 Zuschauer. Das ist voll kacke, dass das gar nicht so rüberkommt. Aber na gut, wollte ich mal so gesagt haben. Achtet mal auf die 33, auf das linke Mittelfeld und ein Sechser von denen war auch sehr, sehr gut. Ersten 20 Minuten haben wir ein bisschen Probleme gehabt, wie ihr seht. Pep. Das ist Pepe, Freunde. Das ist ein Kumpel von mir. Alle sind da Kumpels von mir. Ja, ersten Minuten gehen wir lang. Die Spanne ist jetzt auch da. Die Spanne. Wir scheißen uns hinten schon wieder an. Das machen wir so oft. So, so. Keine Ahnung. Guck mal jetzt, ich hab's live verstanden, wie die sich jetzt anscheißen, glaube ich. Wir versuchen halt immer hinten rauszuspielen. Ja. So sieht das hier übrigens immer aus. Ja, der ist ja gerade. Niki, hast du gut gemacht. Ja. Ganz kurz. Das ist wirklich gut gemacht. Ihr habt uns gesagt, das ist Tye, Digga. Das hat alles, diese ganze Technik hat über 3000 Euro gekostet. Eli Gellas Tasche, damit wir hier eine vernünftige Erhöhung haben. Ich glaube, das ist euch aufgefallen. Das ist jetzt ein bisschen höher alles. Bei den Heimspielen wird es sehr, sehr gut sein. Das Ding ist 4, 5 Meter in der Höhe. Also das haben wir gut umgesetzt. Unten mit so einem HDMI-Kabel und er sieht dann unten so das Display. Verrückt, ich verstehe es selber nicht. Das Ding ist in 4 Meter Höhe. Damit man auch 5 Meter. Guck mal, wie er das filmt. Guter Ball. Sehr guter Ball von denen. Oh. Oh. Ja, ich sag dir ehrlich, das ist schon. Und das war safe und foul, Julius. Das war safe und foul. War auch, also ich muss sagen, war sehr ruppig. War ein ruppiges Spiel. Beide Seiten sind da so reingegangen. Neunte Minute seht ihr. Ihr werdet das in Zukunft noch sehen. Aber das war auch, das war auch ein fern Foul so. Deswegen, ja. Der Sechser war auch gut von denen. Der hat geile Welle gespielt. Das ist eigentlich eine Rote. Ich dachte, er gibt safe Rot, ne? Das war nicht mal Gelb. Der war auch geil. Ja. Also die hätten schon in Führung gehen können am Anfang. Das sind so echt junge, talentierte Spieler gewesen. Das sind viele aus der A-Jungen-Bundesliga. Hat man auch gemerkt. Aber irgendwann hatten wir sie. Guck mal hier, wie wir miteinander Fußball spielen. Julius spielt den Ball ab. Ja, okay. Zweite Reihe. Zack. Warum nicht? Kann man mal probieren. Julius wieder. Ja, nur Ball. Nein, nein, nein. Das war nur Ball. Hier, mit Gegner. Gegneranalyse. Seid ihr wenigstens Follower? Ja. Das ist die größte Lüge. Scheiß auf ihn. Ja, ja. Jonas, du musst. Jonas, du musst. Guck mal, wie ich dirigiere. Guck mal, wie ich dirigiere, Chad. Du musst zurück, Jonas. Das musst du machen. Komm, Chad. Gut, Dennis. Julius ist wirklich Dreh- und Angelpunkt bei uns. Boah, was ein Ball. Julius ist echt ein super Typ, Freunde. Das ist Paul. Paul kommt aus der Berlin-Liga von Wilmersdorf. Der hat auch ein echt gutes Spiel gemacht. Fand ich, Rechtsverteidiger später. Gleich wird was geändert. Weil sich Pepe verletzt. Der bringt auch so geile Ecken immer rein. Julius hat eine richtig geile Schusstechnik. Paule wieder. Dennis. Gut so. Jonas heißt der Mann. Jonas Rohana. Schönes Tor. Den kenne ich auch schon, seitdem der klein ist. Sein großer Bruder war früher einer meiner besten Freunde. Ist jetzt ein guter Freund von mir. Der programmiert Perform All. Bup, eine Chance, Tor. Und die Umkasten. Glücklich. Nicht verdient. Aber musst du auch mal so machen. Ja, ja. War nicht verdient. Die hätten verdient in Führung geben müssen. Aber jetzt hatten wir sie. Wir hatten sie, glaube ich, doch nicht irgendwie. Guck mal. Boah, der war echt gut, Digga. Also, die gucken das Video. Der Typ hat mir sehr gut gefallen. Das linke Mitte fällt von denen. Und er hier. Er war auch richtig gut. Die waren schon geil. Die haben einen geilen Fußball gespielt. Guck mal hier. Die sind echt gut. Ich applaudiere sogar die gegnerischen Szenen, weil ich das echt geil fand. Ja, das ist ein Weltspieler, der war ein... Ja, weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht. War okay. Guck mal, aber wird sich entschuldigt. Ich finde auch die Perspektive gut, ne? Also, die Wechsel. Mal aus meiner Kamera, dann da die Kamera. Ist geil. Nee. Freddy hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Paule, 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 Paule. Paule. Der, boah. Guck mal, den hat der einfach noch, Digga. Guck mal. Aber Dennis ist auch zu halbherzig da hinten. Aber Dennis hat auch ein super Spiel gemacht. Guck mal hier, Dennis. Guck mal. Er wollte ihn foulen, er hat es nicht hinbekommen. Dennis wollte ihn foulen, aber er hat es nicht hinbekommen, weil der echt stabil war. Ja, wirklich. Ali, wo warst du? Komm mal runter, Dennis. Komm mal runter, Dennis. Ja, natürlich. Ist okay. Ist okay, Dennis. Weiter geht's. Kann passieren. Raus da. Guck mal, da sieht man auch so Zuschauer. Das wurde noch später mehr. Und dann kam Flutlicht dazu. Und dann hat es geregnet, Freunde. Das war wirklich geil. Also Real Talk, das hat richtig Bock gemacht, da auch zuzugucken. Ich hätte gerne mitgespielt, Digga. Wirklich. Das ist schade. Ich habe mich echt aufgeregt. Oh. So, ich muss kurz was sagen. Abdul kam dann rein für Pepe. Der hat sich in der einen Situation verletzt. Und Paul ist Rechtsverteidiger. Paul jetzt Rechtsverteidiger. Und Abdul ist Rechts-Mittelfeld gegangen. Was ist denn da los? Go zu Dennis. Go zu Dennis. Guck mal, Julius. Bleib stabil, Julius. Schieß mal, habe ich gesagt. Schieß. Guck mal hier unten. Probier. Ja, natürlich. Du sollst es probieren. Komm, ich da unten schon wieder meine Arme hochfeste und sage, dass er es probieren soll. Guck mal, Eli unten. Probier es doch mal. Ja, ist okay. Hey, ist okay, Julius. Super Ball, Tibur. Oh, das war so knapp. Schade. Aber geiler Ball gewesen. Generell, ich fand, normalerweise spielen wir nicht so mit so langen Dingern. Oh, das war ein bisschen hektisch, Jonas. Er wusste nicht, dass er so viel Zeit hat. Schieß rauf da. Freistoß. Der Schießrichter. Jeffrey. Jeffrey hat eine richtig geile Schusstechnik. Ihr werdet die ganzen Spieler nochmal kennenlernen. Jeffrey kenne ich, seitdem er elf ist. Also wir kennen, Jeffrey, ich glaube, Jeffrey kenne ich am meisten aus dieser Mannschaft. Also am längsten. Seit 13 Jahren oder so. Der hatte immer so eine geile Schusstechnik. Der hat eine richtig geile Schusstechnik, Jeffrey. Der wird auch das eine oder andere Freistusstor machen, denke ich, dieses Jahr. Guck mal. Taubert auch gut. Der Taubert von dem war gut. Bam. Kleiner Joke nochmal. Aber hier ist eine angespannte Situation. Das kommt nicht wie ein Freundschaftsspiel rüber. Oder? Findet ihr, das kommt wie ein Freundschaftsspiel rüber? Schon ein bisschen, ne? Der kommt frisch von Frankfurt da gerade? Zur Verspätung. Wie kam es dazu? Gute Frage. Mehr im Stau gestanden. Autobahn dicht. Hat das Bruch von dem Scheiß. Ich muss wirklich nochmal sagen, das war nicht wie ein Freundschaftsspiel. Weird talk. Es nervt mich, dass es nicht so rüberkommt in dem Video. Man kriegt die Stimmung nicht. Sorry. Ist einfach so. Ist wie wenn du im Stadion bist und ein Spiel im Fernsehen guckst. Im Fernsehen kommt die Stimmung nicht ganz so rüber wie im Fernsehen. Äh, wie in echt. Angespannt alles. Guck mal hier. Eckenvariante haben wir trainiert. Auf zwei. Guck mal, der kommt gefährlich. Gute Eckballvariante. Trainieren wir auch sowas. Digga, Ju, es ist echt Dreh- und Angelpunkter, ne? Marco, guter Ball. Die spielt Marco sehr gut, die Bälle, die langen. Abdu, 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 Abdu! Abdu schießt, nee. Abdu schießt leider nie. Aber ich liebe Abdu, der spielt, der macht so viel für den Verein. Also der rennt, der macht so einen ekligen Meter. Halbzeit. Sehr gut so. Hey Männer, es ist ausgeschaut. Die sind gut veröffentlicht. Komm. Kopf hoch. Richtig gut. Und die ist das kein Freunterspiel. Die schwitzen um ihr Leben, ja? Ich schwöre, du musst mal wissen, wie die da draußen abgehen auch. Ich bin in der Hose. Ja, zum Glück haben wir heute die schwarzen Hose an. 20 Minuten musste da erstmal ein bisschen reinkommen. Zuteilung, Zuordnung. Die haben natürlich auch ordentlich wie angekündigter Laden gemacht. Muss man ehrlich sagen, in der Phase hätten wir auch 2-3-0 hinten liegen können. Wenn die da ein bisschen besser geknipst hätten, Freddy Barmer gut gehalten. Seit, ich weiß nicht, 20, 25 Minuten, so spätestens nach dem 1-0, sei hier eigentlich die Mannschaft die Mehrmacht. Und die kacken sich ein. Wir wissen gar nicht, wie man mit der Situation umgeht, weil gegen die Spiele, die haben alles taverset in ihrer Liga. Kreisliga B. 191, 17 V-Verhältnis. Die wissen gar nicht, was los ist. Nach der ersten 2 Minuten haben die immer 14-0 geführt und jetzt haben die mal so 2-0. Sie sind es nicht gewohnt, dass sie hinten liegen. Hat jemand Probleme, dass er jetzt direkt runter muss? Okay. So, Freunde, aber bevor es weitergeht, noch mal eine kurze Information. Displayed hat noch bis Dienstag eine Aktion. Ihr spart 25% bei einem Display und 33% ab zwei Displays über diesen Link, der in der Videobeschreibung ist, Freunde. Ich versuche, das mal ganz kurz zu zeigen. Perfekt. Achtet mal auf das Ding hinter mir. Das Displayed, Freunde, sind wie Poster. Hochwertige, postermäßig. Metallposter könnt ihr auf- und abhängen. Das dauert eine Sekunde. Es gibt über Millionen Stück dort. Ihr könnt da alles aussuchen. Autos. Ihr könnt auch, ne? Frauen, leicht mit kleinen Bier. So, was gibt es? Gibt es auch. Was soll ich euch erzählen? Autos, Fußballer, Naruto. Viele aus Filmen. Viele geile Sachen. Clip jetzt. Wie lange ich brauche? Warte. Wo ist denn hier eine Uhr? 55. Zack. 55. Zack. 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 Dann sind die Metalldinger da dran. Metalldinger sind dran. Zack. 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 Wie lange? 55 Sekunden? Das hat 10 Sekunden gedauert. Also checkt das auf jeden Fall aus, Freunde. Ist schon lange mein Partner. Ich habe mir die Sachen aufgeholt, bevor ich da Partner war. Also authentischer geht es eigentlich gar nicht. Super. Und ja, jetzt viel Spaß mit dem Video, Freunde. Kuss. Wir schlafen immer am Anfang. Am Anfang von dem Spiel und in der Halbzeit. Jedes Mal. Erste 5 Minuten haben wir immer so viel Stress. Ich check das nicht. Wir müssen immer auf Temperatur kommen. Bam. Schön gehalten, Freddy. Schön gehalten, Freddy. Schön gehalten, Freddy. Sehr gutes Spiel gemacht, Freddy. Ist auch knapp. Okay, Freunde. Und jetzt geht es hier los. Armdämmerung, Flutlichter sind an. Das wird dreckig. Die kommen auch wieder aus der Kabine wie so eine Feuerwehr. Jetzt müssen wir den Zahn ziehen. Ja, den Zahn ziehen. Das Spiel, was wir lieben, töten. Ja. Normales Foul. Go, Jeffrey. Guck mal, er schießt nicht. Guck mal, da unten bin ich nicht. Da unten bin ich nicht. Ich kann es nicht glauben. Guck mal, da unten. Ich konnte es nicht glauben. Chat hier unten. Ich will immer das hier aufs Tor schießen, aber der Torwart, der war auch gut. Der wäre wahrscheinlich nicht. Das ist kein normaler, kein einziger Torwart gewesen. Deswegen auch. Ist okay. Guck mal, Andi. Guter Ball, Julius. Go, Dennis. Bam. Gut gehalten. Sehr schön gehalten. Guck mal, ich bin immer so ein Denkschniefer da draußen. Das ist doch kein Kreislinger Taumann. Ich bin immer mehr der Nerven da unten. Ja, Abdul, lass die Hacke weg, Abdul. Guck mal, wie er nachsetzt. Und deswegen haben wir den Ball wieder erobert. Geil, Abdul. Schwierig so mit Flanken bei uns. Wir haben irgendwie niemanden in der Mitte, der köpfen kann. Jetzt wird es ganz dreckig. Aber das brauche ich jetzt. Das brauche ich und das liebe ich. Ja, ja, die obere Kamera musste ausgestellt werden, kurz ein paar Minuten, Chat. Dia ist reingekommen. Dia ist jetzt reingekommen. Das ist ein Weltspieler. Boah. Die geht gleich wieder an die obere, glaube ich, oder? Ich weiß gar nicht genau. Also ihr seht, es war ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel. Ich fand, in der ersten Halbzeit waren die safe besser, so in den ersten 20 Minuten. Danach waren wir safe, die bessere Mannschaft. Dann waren die wieder am Anfang die bessere Mannschaft. In der zweiten Halbzeit, dann waren wir wieder 15 Minuten die bessere Mannschaft. Es war ein Kopf, es war ein Kopf-an-Kopf-Dings, ne? Und da bin ich sehr stolz auf meine Jungs. Wir spielen noch nicht so lange zusammen. Wir haben jetzt auch viel gewechselt. Es sind jetzt fünf Leute oder so reingekommen. Es haben extrem viele gefehlt. Wir haben uns trotzdem sehr, sehr gut geschlagen mit der Truppe. Da war wirklich Feuer drin. Und ich bin stolz auf euch, wenn ihr das seht. Guter Ball. Ich hätte gerne wirklich so mitgezockt, aber es war so geil, dazu zu gucken. Guck mal, Andi. Andi Köl. Andi. Andreas. Guck mal, wie er da mit Leidenschaft ist. Das ist ein Freundschaftsspiel, Chad. Guck mal hier. Guckt auf Andi. Das war, glaube ich, kein Absatz. Das war, glaube ich, kein Absatz. Um ehrlich zu sein. Warte mal. Nee, war safe, kein Absatz. Hier. Marco. Du hebst das Absatz ab, Marco. Paul muss da ein bisschen enger zumachen. War kein Absatz. Hatten wir Glück. Muss man mal so sagen. Weltpass. Ah, schade. Das habt ihr nicht drauf. Dicker, das muss eigentlich auch. Also wir hätten, glaube ich, einmal mindestens. Ich weiß nicht, ob sowas rot ist, weil er war letzter Mann. Bei uns war vorhin auch letzter Mann. Hat man hier leider nicht drauf, der wäre safe durch gewesen. Guck mal hier. Er war safe durch. Der hat den umgehauen. Das war ein Dreier. Ach so, war Absatz. Okay. Jo, Jo. Guck mal, Abdur. Guck mal, Abdur. Wie viel Meta der immer macht. Abdur, mach einen Meter, Abdur. Ah, schade. Ja, jetzt wollten wir, wir konnten auch nicht mehr. Wir konnten jetzt nicht mehr. Na, ja. Sehr gut, Paule. Paule. Also, das war ja so ein Foul. Das ist Foul für die jetzt. Achtet, also der Schiri, nur Front. Der hat viele Entscheidungen gemacht. Auf unserer Seite und auf der Seite. Das war ja so ein Foulspiel. Mein Gott, muss man mal dazu sagen. Aber guck mal, was jetzt passiert. Das ist Foul für die, Chad. Guck mal jetzt. Hä? Digga, er foult unseren Spieler. Guck mal jetzt. Ach so, nee, war kein Foul. Und das ist ein Foul. Weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht, Digga. Und jetzt, guck jetzt. Die Situation passiert aber nur, weil das eine Foul nicht gepfiffen wurde. Dadurch hatten die einen Wurf und dann das war ohne Sinn. Und jetzt Tor. Und jetzt gegen uns irgendwie, weiß ich nicht. Oh, Marco. Der Arme, Digga. Jetzt haben sie gedrückt. Jetzt haben sie richtig gedrückt, muss man sagen. Guck mal, guck mal, guck mal, wie motiviert die waren an der Außenlinie. Aber das war geil. Finde ich geil von den Jungs, dass die auch so Bock hatten. Sag ich ehrlich. Guck mal, achtet mal auf die Bank. Digga, da standen alle. Real Talk, da standen alle. Man dachte, es wäre irgendein WM-Finale. Die Träne ausgerastet. Und das bekommt man in diesem Video gar nicht so richtig rüber. Wir waren auch hochmotiviert. Aber wir konnten nicht mehr. Gut, Abdul. Digga, wie kann das kein Foul sein? Also der Schiri manchmal echt lost gewesen. Aber die schlimmste Aktion kommt gleich. Geil gemacht. Foul, ja. Julius, Stinkstiefel. Kurze, Luca. Also. Ist okay. Beide, beide, beide. Julius und der Sechser haben sich richtig in die Haare bekommen, Digga. Guck mal, jetzt. Ja, ich bin da immer. Ich war auch aufgewühlt, muss ich sagen. Weil, Chat, ich hatte Flashbacks. Genau so, ungefähr so, wurde mir mein Warnbein gebrochen. Der kam so seitlich reingesprungen. Und lasst mir die Spieler in Ruhe. Ich weiß, das gehört zum Fußball dazu. Paul, ich spann alles an. Ist okay. Aber ich war da in der Situation. Beide Mannschaften ist okay. Muss man jetzt nicht so reingehen, finde ich. Aber jetzt, was jetzt passiert, das regt mich auf. Weil, ich will nicht, guckt euch einfach an. Ich weiß nicht, ob Koray das Ankat reingeschnitten hat. Achtet auf den Angriff. Achtet auf die Spielanzeit. Acht Minuten. War kein Freistoß. Das ist jetzt unser Problem. Das war nicht gut von Luca. Jetzt kriegen wir einen Kontergeiler Ball. Gut gespielt. Durch die Beine. Tor. 87. Minute haben wir ein Gegentor bekommen. Weil leider auch nicht der Freistoß gepfiffen wurde. Wisst ihr, was ich meine? Das hat mich so krass aufgeregt. Im Nachhinein. Sodass man so reingeht. Gehört zur Kreisliga, Paul. Was soll ich dir erzählen? Muss nicht sein. Ganz ehrlich. Aber wird öfter passieren. Die wollen alle gegen uns gewinnen. War ein bisschen angefressen. Aber gehört dazu, Chad. Das gehört dazu. Aber muss trotzdem nicht sein. Und das, was mich aufgeregt hat, dass wir ein Gegentor bekommen haben. Guck mal. Das war 100% faul. Paul, aber auch ein bisschen dumm, dass du nicht liegen bleibst. Dann hätte er gepfiffen. Und dann wäre das gar nicht zustande gekommen. Weil jetzt, ihr seht es nicht. Der Ball geht jetzt auf die linke Seite. Wir erobern da den Ball, verlieren ihn dann. Aber das wäre alles nicht passiert, wenn da faul gepfiffen würde. Hätte, 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 hätte. Hätte, Fahrradkette. Spiel dein Spiel. Ich wollte es nochmal erklären. Hier darf Luka den Ball nicht verlieren. Nee. Und das war halt auch ein guter Ball, Digga. Sehr guter Ball. Ja. Gut, das ist ein gutes Tor. Schönes Tor. Schönes Tor. Schön gespielt. Schönes Tor. Da wurde noch rumdiskutiert. Gut gemacht. Gut Spiel. Gut Spiel. Wird abgeklatscht. Gut ist. Entschuldigt dich, die 27 auch nochmal. Komm mal hier. Entschuldigt dich, die 27. Alles super. Alles super. Also wirklich dickes GG von mir. Ich sage, der Sieg geht in Ordnung. War ein 50-50-Spiel. Wurde ein bisschen heizig zum Ende. Aber gehört dazu, Chat. Gehört dazu. Der Mann hat sich entschuldigt. Das ist das Wichtigste. Hier ist David. Wir haben ja auch welche. Hier haben wir auch danach ein bisschen geredet. Alles okay. Ich war ein bisschen leicht stinkig, muss ich sagen. Wegen Niederlage. Aber ich bin ein ganz schlechter Verlierer. Aber das ist doch das Geile, wenn man verliert. Man will nicht verlieren. Das sind von unseren Gegnern. Ihr habt super gespielt. Ja auch. Ihr habt echt super gespielt. Wo habt ihr in der Jugend gespielt? Euer Stürmer A-Jugend-Bundesliga. Also ihr wart safe. Die Besten, gegen die wir uns gespielt haben. Ich finde, es war auch verdient, dass ihr gewonnen habt. Ja. Was will er? Erste. Will er? Oh. Also ihr wart schon gut. Ihr wart schon gut. War okay. Die haben sich den Sieg am Ende mehr verdient als wir. 50-50-Spiel bis zur 75. Und dann haben sie am Ende den Sieg mehr verdient. Wir konnten nicht mehr. Die Minuten waren ein bisschen dreckig von euch, sage ich euch ehrlich. Aber gehört dazu. Mein Akku ist ausgegangen. Sorry, ich bin gerade aufgestanden, falls ich ein bisschen mitgenommen aussehe. Dickes GG an Viktoria. Sehr geile Kicker gewesen. Sehr schön gespielt. Fand ich ehrlich. Das hat Bock gemacht gegen die. Aus Niederlagen lernt man, Freunde. Die Mannschaft wurde durch diese Niederlage stärker als durch die drei Siege vorher, sage ich. Weil wir jetzt wissen, was abgeht. Die haben letztes Jahr alles auseinandergenommen. Die haben nur gewonnen. Ich glaube, 29 Sieger, ein Unentschieden, 190 zu 17 Torverhältnis. Krass. Und wir haben gesehen, wir können mithalten mit denen. Und die werden jetzt wieder auch aufsteigen in der Kreisliga A. Die werden auch wieder alles auseinandernehmen. Und das ist ein sehr, sehr geiles Gefühl. Es haben extrem viele gefehlt. Aber das ist halt so. Such keine Ausreden, Enigela. Mich hätte es trotzdem interessiert, wie das ausgesehen hätte, wären Bilal, Ali, Sydney, Timo, Dori. Wenn die alle auch dabei gewesen wären. Es gab viele Namen. GG an die. Hat sehr Bock gemacht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, Freunde. Wir laden natürlich auch die Niederlagen hoch. Wir laden es auch hoch, wenn wir richtig auf die Fresse bekommen. Lasst auf jeden Fall ein Like auf das Video da, wenn es euch gefallen hat. Ich fand es bis jetzt das beste Video von diesen ganzen Fußballvideos. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Noch 40.000 Follower. Dann haben wir die eine Million. Und ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag, Freunde. Perfekt. Ciao. Deine3-Up dring. Jesus. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.